Ah, wie die Ehre. Schön, dass die da da sind. Es ist beim Benischt mit einem Borischen Bub. Auf Boris, in einer schönen 100.000-Jahr-Folge. In einer Schmarrn. Da ist gerade keiner da. Uns ist gerade fast schon wieder das Essen ausgegangen. Es sind schon wieder drei Leute gestorben oder so. Aber wir haben das auch geschafft, was wir bis jetzt noch nie geschafft haben. Wir haben ja zwei Feuerholz. Wir haben ja gekäppt. Es sind alle gekäppt. Bis auf den einen. Ich weiß nicht, warum der nicht gekäppt ist. Wann bist du nicht gekäppt? Ich weiß es nicht. Jetzt ist er gekäppt. Huch, da ist ja zwei da. So, ich hoffe, dass wir jetzt genug Essen zusammen kriegen. Ansonsten... Das ist echt schlecht. Also, wenn ich jetzt noch so viele Reise und so viele Leute... War echt nicht gut. So. Wir haben jetzt überall Bohnen hier. Ich muss elf Bauarbeiter... Aber wo brauche ich den elf Bauarbeiter bitte? Für Wurstding. Vor allem. Das haben wir jetzt... Da können wir... Da können wir die Oliere Füße abdragen. Halt, stopp. Okay. Das passt dann schon. So. Da können wir eine Bohnen hin. 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 Jetzt braucht man Milliarden Leute nur für die Fäder. Da können wir stoppen. Da können wir dann stoppen. Da können wir stoppen. Ah, das lassen wir mal. Nein. Ach, da ist eine Fünfe zuzahlt bei denen. Stimmt. Wow, plus das schneller ist. Oh Gott. Jetzt haben wir nämlich genau auf die Summa 30 wieder. Wenn wir in der Fünfe zuzahlen, dann können wir es nicht. Ja, das ist das. So ist es für den Wunnen, das ist das. Was ist es für die Wunnen? Jetzt haben wir kapiert. Aber trotzdem ist das mit einem Fünfe von der Fünfe von der Fünfe von der Fünfe von der Fünfe. Aber so kann ich es nicht. Was ist es für Wüter? Nein. So. Ich würde jetzt mal sagen, wir reißen wir da jetzt mal so fädel ab. Das Gebäude? Ja. Gut. Bei die Mehrheit gerne mal. Zufriedener finde ich schon gut. Bei uns Schule haben wir... Ich weiß nicht, ist die Schule voll? Nein, die ist nicht voll. Wir sind es. Brandbekämpfung. Keinen einzigen Brandkoll ist mir aufgefallen. Der kostet mir eigentlich bloß was. Förster ist gestorben anscheinend. Da habe ich mich so aufgefallen. Ah ja, genau. Warte immer noch so einen Tierhandler. Beim Ding. 324 Ding. Denkt ihr eigentlich was? Man kann doch dann immer nur reden. Blut was, bloß euch? Ach, weil jetzt sind wir bloß noch einen Jäger auf einmal. Aha. Baut jetzt endlich mal dies. Oder können sie es auch nicht? Da ist jetzt schon ein Holzstein dran. Da ist jetzt bald viel. Alter. 440. Ich brauche doch mal ein Käppchen. 500. 600. Nehmen wir doch jetzt mindestens ein Stückchen so groß wie zuvor. Ähm. Bo-which va-bamh berbam berbam . Hü- echak. Duh- duh-de-de-däh. Du-ker-duh-de-de-däh. Du-der-de-däh. Du-der-de-däh. Häh? AchKleidza. Bauer ist jetzt auch gestorben. Es ist jetzt wieder dieses. Es ist okay die Schule. Bauer. War mein Grund. Brauche ich mich nicht. Spät Wunders Jurgen. Jetzt geht es aber noch um in die Fäden. Ich brauche echt scharf. Das ist nicht das was mich so nervt. Ich kann nicht an den Tissus schaffen wenn der nicht da ist. Das ist ein Problem. Schau mal hier herunten. Willst du die Kante auch runden? So machen. 440 Dinge. Schau mal hier. Oder wuscheln sie nunmeinander. Drei Grote hat es. Happiness ist runter gegangen. Klar natürlich jetzt bevor ich gesagt habe. Ding. Was ist das für einer da? Schafe. Ja. Bei jedem Besuch. Der hat bloß Rinder dabei. Rinder brauche ich nicht. Aber was wird der machen? Das ist die Frage. Toll ja gell. Alles. Ich glaube 1.500. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Und jetzt haben wir endlich den. Unentschieden. den wir brauchen. Soll ich gerade wieder hochszte. Mann. Sooo. Es ist schlimm jetzt, ich habe so viele Leute verloren. Das ist das, was dann das Problem ist. Wann hast du kein Heißer? Ich möchte jetzt so ungern noch mehr Heißer bauen. Weil so viele Leute wieder allein rumwähnen. Ansonsten kann ich noch mal zusammenwohnen. Wo können wir da? Das ist ein Scheiße. Ich muss kein Essen mehr. Was ist das denn? Wir haben jetzt geschockert. Es ist Frühling. Alter, wir brauchen... Wir brauchen unbedingt was. Ach du Scheiße. Verschauen wir auch noch. Und hier auch noch. Und hier auch noch. Und hier auch noch. Sammler. Genau. Jäger. Sammler. Doppel. 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 Tja. Doppel. So wird es schnell expandiert. Im nächsten Jahr unbedingt wieder. So wird es schnell, wenn es nicht geht es, es wird es. Der hat sogar noch Bienen drin, du weißt? Die habe ich extra eingekauft, das ich eigentlich abpflanzen kann. Was sollte die, die dann einfach mal erstmal fett Bienen fressen? Das sieht voll echt nix besser so aus wie das. Die können auch nicht da hin. Jetzt ist einfach mal abbeenden, Leute. Was? Die Bände wachsen auch von allein. Die brauchen jetzt halt so 2 Jahre. Das war das jetzt halt. Natürlich wieder ein Sammler. Jetzt sind 2 Sammler gestorben. Was sind jetzt die gestorben? Ja klar, der eine ist an alter Schwäche gestorben und der andere ist an dem Ding. Super. Scheiß da. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe den Förster nächstes Jahr dann weg. Ich habe den Ohr noch. Ich warte jetzt einfach mal. Man hofft, dass es einfach gelangt. Jetzt hat es Spiel 2 Holzhocker gestoppt. Ach du Kacke. Ja, ein wichtiger. D. Da drauf安 encima. Ja, noch was manится. Not an się motive, problem... ... wyrz Discovery Brüiona... Ohhhh. BAM BAM. Boah, wird mir ein bisschen mehr öfter bekommen, dass ich den umstellen kann. Weil ich immer so rechts schräg rechts hinschauen muss. Da wird mir eine Dinge nicht gewissermaßen kommen, wenn du so lange spielst. Ich spielte fast seit 1,5 Stunden. Wenn du später wirst. 3,5 foot, minus 3 grad hat es. Es wird überall kalt inzwischen. Aus welchen Grund auch immer. Jetzt hau ich gerade an das... Jetzt fackt es mich gleich echt an. Ich hab extra gerade an den Hikmo, dass ich... Das ist einfach echt nervig. Ich möchte es nicht, weil ich lustig bin. Warum teert die da eigentlich nichts? Ja, super. Die dann nur wenige. Wenn die Pistole auf wird, dann am besten. Das ist echt nervig. Ich bin bei 500 Holz. Aber jetzt hat das mein... Ding... Ich bin bei 500 Holz. Ja, Bohnensamen habe ich aber gut gemacht. Ach, ich hab... Ich hab... Ich vergesse es immer. Da hätte ich Samen noch schaffen können. Ich weiß nicht, was es bringt. Ob das mehr bringt. Aber ich glaube nicht. Das ist schon der Frühling. Oder auf 10er, oder? Jetzt haben wir Eisenvorräte aufgebracht. Ich hab überall Eisen markiert. Bist du auch viel? Das ist bloß, weil ich keine Leute hab. Das ist bloß, weil ich keine Leute hab. Das ist bloß, weil ich keine Leute hab. Um das geht's. Ich lass jetzt halt 4 Leute haben. Nicht mal. Ich lass jetzt alle da. Es ist einfach viel wichtiger im Moment. Uns feiern wir zwar extrem wichtig, aber irgendwie... Jäger, Jäger... Ich lass mal 2 machen. Weil das eigentlich wurscht ist. What the hell? Schuhe ist voll. Braucht man 20 Schuhe. Auf dem Weg. Ich hab das jetzt alles geschmeckt. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Ist zwar viel, haben wir 20 Schülern oder nicht? Das ist auch so ein riesiges Feld, gell. Leider, ich finde schon, dass solche Felder nicht gehen, so groß sind. Ich bin wieder auf die Pause gekommen. Ich bin wieder auf die Pause gekommen. Du 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 du. De 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 dass meine Bäume da oben fertig werden. Eieiei. Ich vergiss immer, wie ich mich ausgedruckte. Also ich habe zwei Bildschirme. Und dann vergiss ich aber, dass Benuscht dann in den Fenstermodus gerät. Wenn ich gerade was gesehen kann. Warte. Jetzt haben wir wieder sechs Arbeiter. Den können wir wieder dazu reisen. Das haben wir noch nicht gemacht. Das nervt mich einfach. Ich weiß nicht, was die machen. Ich weiß nicht, für was ich Bauarbeiter dazu weiß. Das ist dann ein Ding. Ich habe die drei hier. Ich habe jetzt schon viel über den Arsch. Das ist mir jetzt schon. Ich habe das. 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 Ich habe das hier. Ich habe das. Ich habe das. Das ist die. Okay. Aha. Da kannst du irgendwie eine Wulle kaufen. da kann ich brennholz machen ok brennholz schraube ist ein eisen es tut mir eisen damit nicht mehr so wurscht ok holt es da nicht mehr für das also jetzt ist der stahltyp gekommen also der werkzeugtyp dann kommt das nächste mal wieder der händler für tiere ich habe kein eisen mehr du möchtest mich doch so verarschen hallo hallo ich mich nicht aus dem bildschirm was es geht ich hoffe dass die sitzt hier durch die nutzung jawohl jetzt sind wir wieder so weit jetzt haben wir kein eisen geholt und keine dämme gut so dreht jetzt mal runter genau so haben wir jetzt schon jetzt ist gerade gerade ob wir nicht wissen ob wir sterben oder nicht da haben wir jetzt einen fetten cliffhanger BAM also müsste ich die folge einschauen ob wir jetzt sterben oder nicht also morgen einschauen schön dass da wart wenn ihr noch nicht abonniert habt drückt es auf abonniert genau genau das habt ihr es verstanden also drückt es auf abonnieren dass ich weiß wie es euch gefallen hat drückt es auf gefällt mir wenn es euch gefallen hat und schaut andere Sachen vielleicht auch noch also ciao los da kommento ciao